Hallo und herzlich willkommen zurück in den Königreichen von Amalur, naja, eigentlich im Epilog von Amalur, wo wir immer noch bei den Wissensteinen zugange sind. Wir haben jetzt hier ein gutes Drittel, haben wir zurückgelegt. Ich denke mal, ich weiß nicht genau, wie weit wir heute kommen. Ich würde mich freuen, wenn wir alles durchschaffen, weil wir letzte Folge noch ein bisschen vorher was gemacht haben. Aber ich glaube, solange wie die Geschichten sind, hege ich da nicht allzu viel Hoffnung. Deswegen, ich rede mal nicht allzu viel ausnahmsweise in diesen Folgen gerade. Und wir hören jetzt Talarane, das entlehnte Land, die Alfa ergreifen Besitz von den Ländern Talaranes. Die Sterblichen sind in unsere goldenen Ebenen marschiert. Einige hell, einige dunkel. Doch allen gefielen die Steine und Anhöhen dieses Landes. Sie fragten danach, doch es war nicht unser Recht, es zu schenken. Steine schlagend und Wurzeln brennend schufen sie sich ein Königreich und nannten es Talarane. Felsen bedeckten sie mit ihren Burgen, Felder bedeckten sie mit ihrem Korn. Wir beobachteten, wie sie dieses Land nach ihrer Begierde, doch nicht nach ihrem Wunsch formten. Der Frieden, den sie anstrebten, kam durch Klinge und Festung. Doch alles schien ruhig, bis ein König, ein Vater, starb, mit zwei Erben, stark und fähig. Wie die Zyklen uns jedes Jahr warnen, auf die Zeit des Bauens folgt eine Zeit des Zerfalls. Zwei Söhne des sterblichen Königs blieben zurück, Talarane zwischen ihnen aufgeteilt. Doch hielten sie ihren jeweiligen Anteil für nicht vollständig. Und so wie diese Sterblichen ihre Königreiche errichten, so hatten sie sie schon bald durch Krieg und Eifersucht wieder zerstört. Die Sterblichen kämpften um die Burgen und Hügel. Die Diener des Astaklans teilten die Überreste unter sich auf. Sie nannten sich Rathufer, Kents und Skites. Sie verbargen ihre Steine und ihr Metall unter ihren Burgen und nannten sie Heimat. Sie horteten Schätze und sahen mit an, wie die Zyklen ihre Steinmauern und ihren Willen langsam abschliffen. Nun liegen die Täler und Lichtungen von Talarane verlassen da. Die einst triumphalen Zitadellen liegen in Ruinen. Einst so rein trägt das Land nun die Wunden sterblicher Sünden. Und auch hier wieder eine schöne Parallele zur Menschenwelt. Aber naja, es sind ja nun mal die Sterblichen, über die erzählt wird. Und das schließt uns alle ja mit ein, kommt einem sehr bekannt vor. Als nächstes Kandrian, die Könige von Kandrian. Die Geschichte der Blutlinie der Könige von Kandrian. Aus dem Dunkel des Nordens erkam sein Schwert voll frostigem Blut. Zu schneiden ein Reich aus dem Land, aus Steinen und Flut. Ein wahrer Held, dessen Lied aus jeder Kehle ertönt. Von den jubelnden Massen zum König gekrönt. Der Herr der Gezeiten aus Mel Adlir. Dreifach gekrönt, Prinz aller Diebe. Schuf aus Blut ein Schwert der Sünde für Schnitte und Stiche und Hiebe. Aus gehärmten Herzen weinte sein Volk. Tränen flossen aus ungebrochenem Stein. Längst vergessene Wahrheit durfte nicht länger sein. Zwillinge waren geboren und führten bald Krieg. Vorbei war der Frieden. Sensen und Schwerter vom Berg bis zur Küste. Überall nichts mehr als Waffen sie schmieden. Der Sturm des Zornes lässt Land und Leben bluten. Ertrinken in des Wahnsinns fluten. In langer Nacht brachten die Brüder Krieg übers Land. Bis der Herr des Leids, der Ritter der Trauer, erhob sich mit Stahl in der Hand. Aufstieg Akatas Hammer. Da fiel nieder, wieder und wieder. Er raubte den Thron von Kandrian. Der König des Winters, der Magier, Indarian von Kandrian. Er zähmte das Feuer und herrschte mit ruhiger Hand. Weise und stark war der Lord von Ahod. Frieden kehrte ein, möge es immer so sein. Und da muss ich sagen, ich weiß gar nicht mehr, worauf es jetzt abzielt. Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. An die Kandrian-Feste schon, aber an die Geschichte davon ehrlich gesagt gar nicht mehr. Hören wir jetzt Galafor, Miharis Tal, die Gedanken und Taten einer Feie im gesegneten Tal von Galafor. Fünfhundert Sommer, Herbste, Winter und Frühlinge blühten die Blüten meines Führilbaums ohne Unterlass. Ungehemmt und wunderschön. Warum sind sie heute gefallen wie Tränen? Ein dunkler Zweifel flüstert. Diese Blumen werden nie wieder erblühen. Erst der Führilbaum, dann die Schemen von Bäumen und Köpfen und Falken, welche die Schaumkronen der Wellen bildeten, ehe sie brachen. Dann eintausend anderer Wunder meines Landes sind verklungen, verstummt, verfallen. Alles, was ich kenne und liebe, entgleitet meinem Griff. Werde ich mit Ansehen, wie das letzte Leben mein Land verlässt? Werde ich still wie Stein stehen, während die Essenz seiner Schönheit verfliegt? Nein, wie Üsa sich gegen Ohn rüstete, so werde ich, Mihari, mit der sinkenden Sonne ringen, wenn ich so mein Land retten kann. Ich habe das Lied in diesen Landen eingerollt, das Leben aus den Knochen der Erde gerecht. Ich habe es zitternd und nackt zurückgelassen. Ich halte seine sterbende Magie in meinen Armen. Die Zeit mag dieses Land austrocknen lassen, die Nacht seinen Funken erlöschen lassen. Doch ein Tal wird sich nicht ändern, denn in seinen Tiefen schlummert all die Magie dieser Lande. Und ich werde es Gala vornennen und es wird mein Totenlied singen, lange nachdem alles übrige Staub ist. Und das hat es ja ganz offensichtlich getan, wie wir gehört haben. Hören wir jetzt die roten Marschen, da waren wir gerade erst. Für Ragnos Ankunft, warum sich die Marschen rot färbten. Die Dämonen schänden das Land. Die verbrannte Haut der Welt glüht rot vor Leid. Es ist das tiefe Zwielicht und die Blässe des Todes legt sich über die Bewohner Amalurs. Feuer toben in den Einöden. Das einzige Geräusch ist geflüstertes Lachen. Als die Glut erkaltet und ein Wind über die Wüste weht, entspringt aus der toten Erde wieder Leben. Und der Kampf beginnt. Sie kämpften wie Lichtstrahlen in der Dunkelheit. Wir sahen es. Der ewige Kampf zwischen den Strukturen der Ordnung und den Schatten des Chaos. Langsam, trotz ihrer Kämpfe, wich der Krieg dem Gras und dem Schwanken von Bäumen im Wind. Das Land war von der Pest des Niskaro verflucht worden. Doch das Leben weicht dem Tod, genau wie der Tod neues Leben gebiert. Einst gab es einen, der aus der Dunkelheit starrte und lächelte. Er wartete dort mit Schergen an seiner Seite. Er war ein Dämon, der sich in ewigem Chaos badete, der ob der Schreie seiner Opfer vor Freude brüllte. Die Alten stellten sich ihm und besiegten ihn. Sie bewahrten die Kinder des Staubs vor windenden Qualen. Seht ihr denn nicht? Seht ihr denn nicht? Die Hölle kommt uns holen! Schlaft nicht! Flieht nicht! Vergrabt euch! Grabt in die Erde! Bedeckt euch mit Schmutz! Bedeckt euch! Grabt! Unter die Würmer! Unter den Sand! Oder das Feuer verzehrt euch! Sie rufen den Dämon zurück, um den uralten Untergang zu beschwören! Er kommt! Grabt! Für Ragnos, kommt zu uns! Wie ich mein Blut befreie, befreien wir euch aus eurem Gefängnis! Kostet und trinkt! Und reißt eure Ketten in zwei! Wir rufen euch auf für Ragnos! Wir beschwören euch! Wir bitten eure Anwesenheit! Wir zerbrechen die Käfiggnochen! Wir durchbrechen die Mauern! Und offenbar nicht nur die Mauern, sondern auch ein Brustkorb, so wie sie sich das gerade im Hintergrund anhört! Diese... Das hört sich doch sehr nach Menschenopferung an! Und naja, den für Ragnos haben wir ja erst unlängst wieder zurückgeprügelt! Da wird sich niemand mehr auferheben! Hören wir jetzt also rund das Haus der Tapferkeit! Die gewaltigen Taten von Engard, dem Champion der Tapferkeit! Dieses Leben stellt uns vor die Wahl. Kämpfen oder sterben. Wer sich entschließt zu leben, stellt sich dem Konflikt. Das ist das natürliche Gleichgewicht dieser Welt. Das Unkraut hindert die Blume am Blühen. Das Spinnennetz fängt die Fliege. Das Wasser höhlt den Stein. In dem trockenen Einöden die Tyres, in dem Land Aserrund, wurde das Haus der Tapferkeit zum Heim dieser Urkraft. Vom tödlichen Tanz des Wegekuckucks bis zum Chaos des Wolfsrudels, die Fein stellten diese Wettbewerbe als Kunst zur Schau. Engard, die Verkörperung des Wettstreits, ging als Sieger hervor. Sein Schlag war wie das Bein der Gottesanbeterin. Ein Blitz in der Stille. Niederlagen begegnete er wie der Schwanz des Salamanders. Verloren, nur um erneut zu wachsen. Wunden fügte er hinzu wie der Zahn der Schlange. Gift, um den mächtigsten Gegner zu schwächen. Sein unheilvoller Blick war die Flosse des Haies über der Wasseroberfläche. Das Versprechen eines blutigen Endes. Die Besten forderten Engards Wissen heraus, nur um wieder und wieder zu scheitern. Ort des Kampfes war ein kleiner Fleck Erde, der bald zu einer Lichtung wurde. Die Lichtung, von den Füßen von Kriegern niedergetrampelt, sank in die Erde und wurde zu einer Arena, wo die mutigsten Sterblichen die Schreie der Kämpfer hörten. Das Haus der Tapferkeit war geboren. Der verdorrende Krieg bedeckte das Land. Lichtfein und Dunkelfein bekämpften einander. Das Haus der Tapferkeit wurde verlassen, um zu den Schlachtfeldern von Üsa und Ohn zu ziehen. Engard bekämpfte ganze Horden. Die Krieger der Tapferkeit blühten in den Eratel-Ebenen auf. Der Sturm wurde stärker, als sie sich dem Krieg anschließen und die Lichtfein warfen die Invasoren zurück. Als die Armeen von Ohn sich zurückzogen, kehrten die Lichtfein in das Land zurück und das Haus der Tapferkeit war für immer verändert. Der Konflikt des großen Kreislaufs wurde schwächer und die Fein verkörperten nun den Frieden des Schlafs. Engard kämpfte nicht mehr und war ohne Ziel. Der große Kreislauf drehte sich durch die Zeitalter. Zyklen verstrichen. Ein Sterblicher besiegte den Helden der Tapferkeit. Sein Name war Rotmarus. Ich glaube, dass heute gerade nochmal Kampfgeräusche darstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass die Fein die Menschen verurteilen dafür, dass sie kämpfen und auch gegeneinander kämpfen und tralala. Aber die Fein, die kämpfen doch auch und die führen auch ihre Kriege mehr oder weniger. Und deswegen verstehe ich das nicht ganz. Die verurteilen oder vielleicht weiß ich nicht, ob die das bei sich eher sportlich sehen und bei den Menschen eher auf Leben und Tod. Wobei bei den Feinen geht es ja auch auf Leben und Tod. Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz so sicher. Naja, wie gesagt, Philosophieren, da muss ich mich ein bisschen knapp halten, damit wir hier noch möglichst viel in die Folge kriegen. Deswegen verlesen wir jetzt die Brachlande, Seiners Flug, von Seiners Segnung der Wüsten und Helios Neid. In längst vergangenen Zeiten gab es in der Wüste keinen Schatten. Die Sonne verbrannte das Land bis zur völligen Zerstörung. Die Flüsse verschwanden. Die Tiere versteckten sich unter der Erde. Die Menschen flehten Helios um Gnade an. Doch er erhörte die Gebete nicht. Die Pflanzen welkten in der Hitze. Überall in den Brachlanden knisterten Flammen. Dann kam die geflügelte Seinah, die Mittlerin zwischen Himmel und Erde aus Eschara. Sie erblickte die leidende Wüste und flog zu den Brachlanden hinab. Ihre Federn schenkten dem heißen Sand Schatten. Ihre Flügel kühlten den zerstörten Boden. Ihre Tränen fielen in den Staub und wurden zu Flüssen. Unter ihren sanften Flügeln blühte das Land auf. Als das Leben in die verbrannte Weite zurückkehrte, krochen die Leute aus ihren Höhlen und sahen eine majestätische Silhouette, die sich am offenen Himmel abzeichnete. Sie lobten seiner und verehrten ihre Gestalt. Sie antwortete mit einem Krächzen, das noch immer im Wind nachhallt. Helios hörte den Ruf, blickte auf die Wüste und war verärgert. Sein mächtiges Werk war zerstört, mit Füßen getreten. Er rief Vrekor an seine Seite und flehte den Feuergott an, seiner vom Himmel zu holen. Vrekor willigte ein, doch da seiner zu stark war, bat er Helios, ihm auch sein Feuer zu leihen. Also gab Helios Vrekor die Flammen der Sonne. Ein Feuer aus den Himmeln traf seiner und ihr Gefieder begann zu brennen. Sie flog hoch hinauf, um ihre Federn zu kühlen und stürzte hinab, um das Feuer zu löschen. Doch nichts verschaffte ihr Linderung. Sie wusste, sie war verloren und sog die Hitze der Sonne und den Geist des Feuers ein, ehe sie tot zu Boden fiel. Nun blieben nur ihre Knochen zurück. Doch sie wird sich wieder erheben, wenn in den Brachlanden Leben bedroht wird. Und das wurde es jetzt offenbar und zwar natürlich wieder von den Sterblichen. Aber naja, wir haben auch in die Brachlande natürlich ein bisschen Frieden reingeprügelt, sozusagen als Schicksalslose. Weiter geht's bei Minetüre. Der Baumeister, der majestätische Baumeister, erschafft die Schluchten und Plateaus von die Türe. Er brauchte nur einen Namen der Baumeister, wie der Wind oder der Blitz oder das Morgengrauen. Durch seine Anwesenheit begann ein neues Zeitalter. Die Könige des Südens erhoben sich. Sie waren die Herren der Wüstensee. Zunächst schuf er den Fluss im Bogen der großen Schlangenschlucht. Als er dieser Arbeit müde wurde, wandte er sich den Klippen, den Dünen, den Tiefen zu. So formte der Baumeister an einem Morgen, wozu der Kreislauf Jahrhunderte braucht. Er bohrte Löcher in die roten Marschen und meißelte die Wirbelsäule in Alserund. Das Echo heilte durch die Schluchten von Minetüre. Er schuf die Höhle und ließ sie leer. Schließlich ruhte der Baumeister. Er schuf einen von Wolken gekrönten Berg am Fluss und lehnte sich zum Schlafen gegen ihn. Zeitalter verstrichen, der Sand setzte sich in seinem Werk ab. Das Land war still. An jenem Tag erwachte der Baumeister und fand seine Gabe vertrocknet. Den Quell seiner Macht tot wie Staub. Bald hörte er das erste Flüstern. Die erste Erwähnung Sterbliche. Okay, ich wusste nicht genau, wo das zu Ende ist, denn hier ist der Text mal wieder buggy und er zeigt nicht das an, was vorgelesen wird. Aber naja, so war das damals mit dem Baumeister. Ich frage mich nicht, ob er das gebaut hat alles. Das soll man sich ja nicht fragen, sondern ich frage mich das wie. Wie hat er das denn geschafft? Die Klapperschlange war eine eitle und hässliche Kreatur. Sie kroch an dunklen Orten umher und mied die anderen Tiere der Wüste. Sie war einsam, zeigte es aber nicht. Eines Tages, als sie unter einem Stein saß und sich wünschte, glücklich zu sein, sah sie den Wegekuckuck vorbeirasen. Warte, rief sie dem Vogel zu. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Der Wegekuckuck blieb stehen. Er hatte die Klapperschlange noch nie sprechen hören. Ihre Stimme war ein langsames, unschönes Hissen, das den Wegekuckuck beunruhigte. Bitte, Wegekuckuck, meine Stimme ist rau. Die Deine ist so hübsch. Du bist so schnell und so viel mutiger als ich. Kannst du mir eine Stimme wie die Deine bringen? Der Wegekuckuck dachte kurz nach. Dann sagte er, Ich werde dir etwas von meiner Stimme leihen und in deinen Schwanz legen. Deswegen rasselt die Klapperschlange. Der Vogel wandte sich zum Gehen, doch wieder hielt die Klapperschlange ihn auf. Verzeih, dass ich dich erneut belästige, Wegekuckuck. Doch dein Muster ist so wunderschön und meine Schuppen sind so trist. Kannst du mir ein Muster wie das Deine bringen? Ich werde mit meinen Füßen auf deinem Rücken malen, sagte der Wegekuckuck. Deswegen ist die Klapperschlange mit Diamanten verziert. Ein drittes Mal wollte der Vogel gehen. Wegekuckuck, du hast mir so sehr geholfen und ich danke dir. Doch ich möchte dich um noch etwas bitten. Du bist ein fähiger Jäger und ich bin immer so hungrig. Du verwendest deine Flügel nie zum Fliegen. Lass mich sie haben, damit ich jagen kann wie du. Der Wegekuckuck sagte, Ich habe dir meine Stimme gegeben und dich mit meiner Arbeit geschmückt. Nun willst du mir noch meine Flügel und meine Freiheit nehmen? Du verlangst zu viel, Klapperschlange. Ich werde dir nicht mehr helfen. Die Klapperschlange wurde so zornig, dass Gift ihr Maul erfüllte. Sie schnellte auf den Wegekuckuck zu, doch der Vogel war zu schnell. Die Klapperschlange schrie ihm nach. Ich werde dein Nest finden, Wegekuckuck. Ich kann dich nicht töten, doch du kannst nicht alle deine Kinder retten. Deswegen sucht der Wegekuckuck nach der Klapperschlange. Und deswegen macht die Klapperschlange Jagd auf die Wehrlosen. Ach ja, ach ja. Mit einer der schönsten Wissenssteingeschichten hier. Zumindest auch, weil die zusammenhängt ist und weil es so ein richtiger Meer ist, eine richtige Fabel. Und ich frage mich aber, was hat die Schlange an sich getan, dass sie immer als falsches Biest dargestellt wird? Ich frage mich, ob das vielleicht noch auf die Bibel zurückgeht, auf das Paradies. Ich kann es nicht genau sagen, weil es gibt Tiere, die wirken ehrlich gesagt falscher als eine Schlange. Ich finde Schlangen nicht besonders falsch. Die schlängeln sich halt so rum und hissen so ein bisschen. Und das war's. Mehr machen die ja nicht an sich. So, lesen wir weiter. Die Grube. Ach du Scheiße, ich erinnere mich noch an die Grube. Der Galgenbaum, eine Hymne an den ehrwürdigen Baum, der Winterfein, in Klammern, bevor er so entehrt wurde. Stummer, stummer, heiliger Baum, Ehre sei diesem Totenraum. Von den Wäldern des Westens so weit ruhen die Toten für alle Zeit. Unter den Zweigen ruhen ihre Glieder. Darüber wir singen trauernde Lieder. Die Toten umarmen das Land in der Erde sanften Hand. Aus Holz ein großer Grabstein steht, wo der trauermüder Wind stets weht. Tragen die Blätter denn Früchte nun? Werden die Toten es gleich denn nun tun? Alpha sind nichts als Fleisch der Natur. Futter für die Raben nur. Wie Tränen Soldaten nur hängen. Auf Ängste Tuata nur drängen. Schwarzer, schwarzer Galgenbaum. Verbreites dunkle Tyrannei. Den Frieden schlug der Krieg entzwei. Nicht mehr heilig ist der Raum. Okay, das kann aber nicht ganz so überliefert sein, weil da sind ja noch Sachen zum Krieg mit drin. Wundert mich ein bisschen. Da steht Überlieferung abspielen, aber eigentlich ist das gar nicht überliefert, sondern das müsste eigentlich relativ aktuell sein, weil das ja offenbar aus dem Krieg stammt, als der Galgenbaum entehrt wurde. Naja, wir lesen jetzt die Kerlet-Küste, der Feinjäger, der Hass eines Sterblichen, auf die Fein nimmt Gestalt an. Durch Wälder und Gebirge, durch Höhlen und grüne Wiesen, durch Sommer, Winter, Tag und Nacht, durch die heiligen Hallen der Zyklen und Lieder, durch Rache, Stolz und Sorgen, Hallen des Feinjägers Schritte. Der Jäger rennt, der Jäger rennt, rasch, rasch, es geht um unser Leben. Eines sterblichen Rock aus Ketten, ein Geflecht aus im Geheimen geschmiedeten Gliedern. Der Jäger rennt, der Jäger rennt, in den Beinkleidern des Feinjägers. Wie die güldenen Geister der Jugend verzieren geschwungene, feinhafte Linien den Panzer dieses Betrügers. Er sagt, ich bin wie du, Feingeist, und schimmert, in strahlendem Glanz, dieser Harnisch des Feinjägers. Die Kraft der Verachtung, der Angst und des Hasses, strömt durch die pulsierenden Adern bis in die Fingerspitzen. Die Werkzeuge des Krieges sind bereit und liegen leicht im festen Griff der Handschuhe des Feinjägers. Wir spüren den Blick eines silbernen Raubtiers, mit gerunzelter Stirn und Augen, die den Schleier durchdringen. Wir sehen das finstere, starre Gesicht eines wunderschönen, eleganten Endes. Wir kennen diese Maske des Todes, dieses azurne Antlitz, diese himmlische Träne, als den Helm des Feinjägers. Okay, ich muss zugeben, ich weiß auch nicht mehr, worauf das jetzt abzielte. Von der Caled-Küste, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, also höre ich einfach mal weiter. Clurikon, das Haus der Sorgen, die Winterfein kommen nach Clurikon und huldigen ihre Heimat. Der Winter ist an diesem Ort sehr stark. Als die Fein das erste Mal in seine tiefen Schritten, fanden sie dort große Fossilien, Knochen von Wesen, die größer und furchterregender waren als wir Fein. Doch trotz ihrer Stärke, die Erde zu ihren Füßen überdauerte sie. Sie entzog ihnen ihre Stärke, ihr Leben, ihr Fleisch. Eine Gruppe von Winterfein, genannt das Haus der Sorgen, hat ihr Leben rund um die Grube aufgebaut. Sie füttern und pflegen die Leichen dort und heiligen den Boden mit den Toten, die sie bringen. Sie bewahren die Kultur unseres Volkes und machen dies zur Wiege des Winters. Im Gegenzug erhielten sie ein Symbol, einen kleinen Schößling von weißer Rinde und roten Blättern, der aus den Leichen in der Grube erwächst. Sie nennen ihn den Heiligen Baum. Im Hof des Winters rumort es. Es gibt Fein, die über eine Welt des Verfalls hinaus predigen. Sie setzen sich über das Haus der Sorgen hinweg, über den Kreislauf. Sie ehren unsere Tradition nicht. Doch sie sind auf dem Irrweg. Ohne Tod gibt es keinen Winter. Ohne Verfall gibt es kein Wachstum. Die Tuater haben den Krieg über die Winterfeilen gebracht. Sie ziehen uns alle in diesen Konflikt und verwandeln den Hof des Winters in eine Maschine des Krieges. Doch das Haus der Sorgen weigerte sich, sich anzuschließen. Sie waren die einzige Verkörperung des ganzen Winters. Alles, was gut und einzigartig an unserem Volk war. Es ließ sich nicht so leicht abschaffen. Die Tuater haben uns ihren Krieg aufgezwungen. Sie schneiden freudig durch sterbliches Fleisch und sterbliche Knochen. Und stellen die sterblichen Leichen als Erinnerung an ihre Brutalität aller Orten zur Schau. Machen aus heiliger Unverletzlichkeit Fäulnis. Die Leichen bleiben auf unserem Boden und an unserem Galgenbaum aufgebläht und verfault. Ach ja, 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 ja. Ich erinnere mich, ich erinnere mich an das Haus der Sorgen. Dass das untergegangen ist, das habe ich immer noch nicht so richtig. Das fand ich so ein bisschen, ach, das war so sinnlos und so schade. Aber letzten Endes, wenn man bedenkt, dass die Feinen insgesamt allesamt untergehen werden, wahrscheinlich, wir wissen es ja nicht genau. Ach, Mann, Mann, Mann. So, Alabastra, auch da fehlt uns noch was. Haben wir jetzt komplett. Das Haus des Stolzes, ein Angehöriger des Hauses des Stolzes verkündet, dessen immerwährende Herrschaft. Mit Geisterantlitz, Schrei und Schreck hinterlassen wir Blut an düsterem Fleck. Schwarzer Wald und Abendglut, aus eurem Auge fließt das Blut. Es mundet sehr den Würmern allen, die Tote essen, wenn sie fallen. Kein lebendes, kämpfendes Fleisch, das durch Töten von Burka Ehre erheischt. Dass der lichtfein Leid wohl versteht, ihr, der in Nüralims Weg entlang geht. Schicksal sterblichen Staubes recht, Eide einhaltet, schwöre brecht. Nach eurem Leichnam hungern wir wieder, nach euren Schreien und dem Gesang der Schmerzenslieder. Die Schädel in Hochfolgen aufgereiht, ihr kalter Glanz scheint hell und weit. Für uns, die wir an Knochen nagen, lebendig wir schluchzen und klagen, ein Fest sie zu essen, davon zu kosten. Wir, der Winter des Ostens, wir, die Leichen in faulem Glanz, wir vom Verfall und Dämmerungstanz, nie ist unser Hunger gestillt. Bis vergossenes Blut unsere Teller neu füllt. Wenn ihr denn unser Land besucht, seht ihr des ewigen Winters Fluch. Im Herzen schwelt der Zorn, und ihr als Grund steht weit, weit vorn. Hältes Sommers im Westen, im Kampf gegen Tuata einer der Besten. Warum bemüht ihr vergeblich euch so? Fügt anderen sinnlose Schmerzen zu? Seht ihr nicht Sterblicher, seht ihr es nicht? Aufgespießte Leichen mit totem Gesicht. Seid ihr nicht Zeuge ihres Verlusts? Labt euch ein Fleisch und tief im Verdruss. Oder schreitet an neuen Leichen vorbei, die verrottenden Alten euch ganz einerlei? Oh, ruhmreicher Fremder in unserem Land, ihr bringt den Tod mit des Schicksals Hand, füllt Gräber mit Leichen, der Aasgeierbauch. Doch Sterbliche plündern die Gräber auch, ja, sie essen das Fleisch der Toten, reißen an Gliedern mit gierigen Pfoten. Der kleinste Grund ist ihnen genug und ist doch nichts als Selbstbetrug. Frei von Schuld ist ihr Verstand, doch ihre Moral kam ihnen abhand. Ihr seid in unserer Heimat hier, wo Dämonen hausen das Böse und Schwarzes Getier. Ihr seid ein Teil des Wehs, wie mir scheint. Pest, dunkel, lebender Feind. Verloren seid ihr, wenn ihr hier seid, im faulen Land aus alter Zeit. Eure Leiche wird verbrennen, tot, gebrochen, zu schwarzer Asche werden eure Knochen. Keine Hoffnung habt ihr mehr, nichts Hammer, Messer, Schwert kann euch noch retten. Ihr seid Abschaum, Abfall eines bösen Albtraums. Was euch erwartet, ihr wissen solltet. Es ist, was nie ihr sehen wolltet. Das faulste Ding, schwarz unbeschönigt, das Gewissen eines Königs. Ja, auch sehr, 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 sehr schön. Einer meiner liebsten Zyklen der Wissenssteine, sage ich mal. Einfach, weil da auch wieder so ein bisschen mehr Betonung und man hat es ja selber gehört. Aber trotzdem keine Überlieferung, denn es spielt auf uns an, auf die Schicksalsheldin sozusagen. Es kann keine Überlieferung sein, es sei denn, all das, was wir als Schicksalslose erlebt haben, war trotzdem auch nur wieder ein großer Zyklus. Sozusagen ein Zyklus mit lauter Unterzyklen und immer wieder im Kreislauf. Dann könnte das ja auch Überlieferung sein, so, dass die Fein ihren eigenen Untergang quasi wieder und wieder und wieder erleben. So am Ende der Zeit beginnt es wieder erneut. Man weiß es nicht genau. Wäre zumindest eine Erklärung, warum das hier als Überlieferung durchgeht. Naja, jetzt kommen wir zu Amaurat, das Haus der Rache. Das jüngste Haus der Winterfein unterbricht den großen Kreislauf. So lauschet nun ihr sterblichen Toren, der Sage, die wir singen, öffnet dem Rat die Ohren. Mit Schrecken müssen die Toten ringen, auf ewig hinter dem Schleier verloren. Von Ohn sie sangen, doch nun verkünden in feierlichem Liede sie, einen neuen Kult zu gründen und alle ihre vielen Sünden dem neuen Gott zu widmen, fürderhi. Der Kriegsmaschinen Flammen schreien, beben und zittern vor Himmelsglut. Gattlos Krieger wollen sie sein und dann, nicht wie im Frieden von einst, morden sie Nachbarn in ihrer Wut. Ohne Hilfe und Hoffnung ließ man euch zurück, auf öder Ebene völlig allein, auf der Suche nach Nahrung, auf Bergesrück. Zu finden war nichts als Galgenstrick, und ihr dankt ihnen für eure Pein. Diese zwei Seiten stehen euch also zur Wahl und das Böse, das sie verbreiten mit Fauchen, eine euch zu töten, schnell, ohne Qual, eine euch nur als Werkzeug zu gebrauchen, wie ihr auch wählt. Ein törichter Platz. Gut, wir haben uns natürlich für das Werkzeug entschieden und auch hier wieder eine richtige Überlieferung kann es ja eigentlich nicht wirklich sein. So, Beile, das Ende des Winters, der Beginn des ewigen Winters und Sturz Der Hof des Winters war so still wie gefallener Schnee, als der Hofnar tanzte und scherzte. Messer und Fackeln jonglierend sang er für seine Lords und Ladies, doch niemand lächelte. Keine Augenbraue hob sich, als der Narr den König imitierte. Nicht einmal, als er ihm die Krone vom Haupt nahm. Denn dies war der Tag, an dem Gatflod den Hof des Winters ermordete. Dies war der Tag, an dem die Tuatha geboren wurden und unser Volk zu einem Opfer für Tiernoch wurde. Seit der Alabasterwall jung war, war der wunderschöne Weißknochenwald ein Ort des Friedens und der Meditation. Kein schriller Vogelgesang, kein hitziges Wort konnte seinen Weg durch die Äste finden. Es herrschte Ruhe, bis Gatflow unser Land heimsuchte. Die blutroten Äxte der Tuatha zerschlugen den Wald, um Pfeilschäfte zu schnitzen. Tiern aus Prismere verzehrten, was übrig blieb. Nun ist unser Wald zerstört und Schreie des Krieges erfüllen seine Wipfel. Die größten Helden des Winters sind immer aus den fahlen Zweigen des Bail gefallen, von Pietra der Kühnen bis Hohlgan dem Hungrigen. Als die Tuatha uns unterwarfen, erhoben die Helden sich, um den Winter zu verteidigen. Gatflow lachte über sie und beschwort hier noch's Zorn herauf. In einem Wimpernschlag wurden unsere treuesten Helden von Prismeren aufgespießt. Unsere Helden waren fort, ohne Aussicht auf Wiedergeburt. Und unser Volk war Gatflows Wahnsinn ausgeliefert. In glücklicheren Zeiten kam der Hof des Winters hierher, um in den Farben der Mitternachtsgärten zu baden. Nachtfeilchen und fahle Mondblumen blühten auf einem Feld aus blauem Gras mit Frost bedeckt. Wenn die Sterne richtig standen, tanzten die Nordlichter für die Königin höchstselbst. Doch nun haben die Tuatha die Gärten zerstört und nur Leichen gepflanzt. Die Frucht ihres gequälten Gartens ist nur blutrot. Nach langem Kampf hat Gatflow die Winterfein besiegt und seine Tuatha herrschen über uns. Wir werden nicht länger in dieser Welt wiedergeboren, so sein Gott hier noch es nicht wünscht. Dieses Monster hat uns vernichtet. Unsere Tage in dieser Welt sind gezählt. Doch unsere Erinnerungen könnten überdauern. Wenn Gatflow fort ist und sein Gott weiterzieht, ein anderes Volk zu quälen, werde ich vielleicht aus meinem Grab befreit. Und dann werde ich die von uns geschaffenen Träume teilen. Es ist die einzige Unsterblichkeit, auf die wir noch hoffen können. Aber da frage ich mich doch, wir haben ja Gatflow und Thir noch besiegt und so sein Gott Thir noch es nicht wünscht, der wünscht jetzt gar nichts mehr. Also ich meine, der hat nichts mehr zu wünschen. Im Grunde genommen sollte ja auch jetzt der Wiedergeburt nichts mehr im Wege stehen. Eigentlich, da wir ja jetzt diese Verbindung vernichtet haben. Hm, genau weiß man es nicht. Auch da wäre wieder ein Amalur II sehr hilfreich gewesen. Schade, dass wir es nicht erfahren werden. Hören wir als nächstes Frühling, die Trennung, das Epos von Bayala Thirins Weg, der Aufspaltung der Alpha und der Gründung Ratiers. Von alten Tagen berichtet man mir, als die weise Priesterin Bayala Thirin zur Göttin Lyria sprach. Das Volk erinnerte sich nach dem Krieg an alles und forderte Dureks Schicksal. Tötet ihn, den bösen, grausamen Stamm, sagten Doc Alpha. Verschont sie, die armen, jämmerlichen Tiere, riefen Jos Alpha. Ihr Verstand, hungrig und vom Hass vergiftet, verzerrt. Alpha schlug Alpha in Trunkenheit. Beim Festmahl, wenn alles fröhlich war und Frieden im Hafen herrschte. Hass erfüllt, so sagt man mir, blickten Cousins einander an. Aus dem kaltgesegneten Fieriol brach Bayala Thirin zu einer Pilgerreise auf, um Lyrias Rat zu erbitten. Im dritten Jahr der Reise betrat Thirin Dalentat. Durch dunklen Wald und Feinfeld wanderte sie, bis sie zu den Wurzeln des Kinds des mächtigen Villagro kam. So beladen mit Lyrias Lied, die größte bekannte Magie, sprach sie mit dem Geist der Natur, doch die Worte, die sie suchte, waren nicht zu finden. Also reiste die von Lyria geführte Thirin zu den Eratell-Ebenen. Wind verfolgte ihren dunklen Umhang. Ihre Locken maskierte sie gegenüber den mondbeleuchteten Ebenen. Dieser eben hölzerne Abendgruß, dieser farbige Umriss, der vor so langer Zeit und zeichnete, so marschierte Thirin vor der himmlischen Weite. Unter dem diamantenen Himmel machte sie Rast. Zwischen Echos goldener Küsten und silberner See näherte sich Lyria. Sie sah die Priesterin schlafen auf dunkler Erde zwischen den Zypressen. Unter dem Glanz des Himmels, den die Morgendämmerung reflektierte, der Spiegel, der die Sterne reizte, sprach Lyria flüsternd zu Thirin. Auf felsigen Sporen von finsterem Stein hoch oben am Himmel liegt ein erlesener Sitz den Brüdern so nah, eine Scherbe der Nacht glitzernd in der Gischt, eine Nadel aus dem Meeresboden, den Schleier des Himmels durchstoßend. Dort ist euer Volk meiner Stimme am nächsten. Und so erwachte Bayala Thirin die Ruhige und Majestätische und sah die Klippen an der Küste und Lyrias Thron vor sich. Dann kehrte die Prophetin zu ihrem Volk zurück, das sich mit seinem frostigen Land begnügte. Thirin besprach, soviel ich weiß, ihre seidenen Roben, den Stoff aus Lyrias Hand. Hört mich an! Die Worte der Göttin spreche ich zu ihrem Volk, und ich habe gehört von sternen erleuchteten Landen in ihrem gewebten Griff. Ihr Weg führt nach Osten. Diesen Weg müssen wir einschlagen, denn diesen frostigen Tälern fehlt jegliche Schönheit. Unsere Cousins, wir sagen euch, grämt euch nicht mehr ob unseres Leids. Wir werden ans andere Ende Alfarias gehen und Okalpha sein. Zufrieden? Ermüdend durch Sumpf und Eis, Wüste und Wald war der Exodus aus gefrorenen Landen. Auf jedem Hügel sang die Priesterin und immer näher kamen sie Eratel. Sie gingen in Gruppen. Die zukünftigen Häuser von Rathir planten ein Leben voll Gold und Silber, Musik und Gelächter. Fruchtbare Felder und prächtige Flüsse beschrieb Thirin den Bauern. Den ersten, die das Brot und das Essen bereiteten, das wir noch heute essen. Die Magier, die Lyrias Berührung erwarteten, ernten nun ihre Macht. Die schroffen Klippen stürzen in die geschwollene See. Gefährliches Terrain für die unbeholfenen Alpha. Hier ließ sich unser Volk nieder. Ich habe die Orte auf den Hügeln gesehen, die unsere Vorfahren aus von der See geschliffenen Stein geformt haben. Glea Radwen. Die Klippen von Tivili wurden dort besiedelt, wo das Licht der Himmel am hellsten strahlt. Auf Lyrias Träne blickend, der Giebel der Erde aufsteigend, um ihrer Herrlichkeit zu begegnen. Ich werde euch nun von diesen Zeiten berichten, wie unsere Vorväter es niedergeschrieben haben. Sie lebten von den Früchten des Meeres, der Wiesen und der Felder, den neu gefundenen Völkern, Tieren und Blumen. Wenn ich lüge, so gibt es keine Wahrheit unter Lyria. Das Temperament unserer müden Familie beruhigte sich angesichts der Wellen und versteckt unter den Felsen lagen die schattigen Nischen von Strand und Küste. Ein Geheimnis, das nur unsere Vorfahren kannten. Das von Lyrias Auserwählten beherrschte Arkane. Ein geheiligtes Strebewerk, der Boden, auf dem sie ihre magischen Künste ausübten. Eine Fäule, die Tirins müden Pilger nicht bekannt war, stapfte durch die Ebenen. Angestrengtes Ächzen verkündete den Ruf der grobschlechtigen Jottun, des Riesenvolks aus alter Zeit. Der Hammerkämpfer, die in schmerzlichem Marsch Wälder zertrampelten und Felsen fallen ließen. Das Gewicht ihrer Schritte zermeimte die Knochen vergangener Krieger. Kelorins Legion war zu schwach, Bayalas Gebete blieben unerhört. Und die Furcht des Todes ging zu leicht mit den schweren Schritten der Hügelbewohner einher. Die Mauern von Gleirath wie entstürzten in den Tumult des Ozeans. Unser Volk verzweifelt und das Kampf ist müde, vor den Fäusten der Ogerns Versteck geflohen. Sabayala Tirin auf der verehrten Nadel gekleidet in Priestergewand, umringt von einer Gruppe Magier. Die weise Tirin sprach den Segen Lyrias, ihren wunderbaren Gesang, Essenz alles Himmlischen. Alle stiegen zu ihrer Seite auf, ein Gipfelkloster der zaubergewebten Mächte. Sie streckte die Jotun vom heiligen Gipfel aus nieder und nie mehr kehrten sie zurück. Rat hier, so nannte sie den Ort, wo spitze Felsen die Oberfläche des Wassers durchbrechen. Diese Heimat aller Doc-Alpha der Mondfelsen Lyrias, gegründet im 14. Jahr nach der Trennung. Diese Worte sind nicht meine, sondern unsere, geteilt mit allen, die sie hören wollen, doch bekannt nur den Alpha mit reinstem Herzen. Der Widerstand sucht nicht die Schwachen, sondern jene, die Zufälle erleiden und belohnt die großen Mysterien, die unter ihrer verborgenen Vision bloßgelegt werden. Wir lernen dies von Bajalatiren, der Weisesten, der Propheten Lyrias, Beschwörerin ihrer Magie, Liebstes ihrer Kinder, Mutter der Doc-Alpha und Gründerin Ratiers. Mein lieber Scholli, was für eine lange Geschichte. Ich musste jetzt direkt mal in den Endscreen gehen, weil wir waren eh schon sehr in Überlänge. Es ist unglaublich, wie viel Content alleine diese Geschichten hier darstellen und gerade eben die Geschichten natürlich über die Alpha. Ich muss zugeben, ich finde es interessant zu erfahren, wie die Alpha sich gespalten haben, wie die einen Alpha dann, die Doc-Alpha sind irgendwie weggezogen, die Lyros-Alpha sind geblieben. Das finde ich alles sehr spannend, aber ich muss zugeben, jetzt mal unter uns, ich muss zugeben, das ist zwar schön geschrieben, aber stellenweise ein bisschen komplex-schwülstig, möchte ich sagen, so dass man dann wirklich so ein bisschen Mühe hat, zuzuhören. Wenn das irgendwie so zehn Folgen sind oder zehn Wissenssteine sind, dann hat man das schon, dass man da so sitzt und denkt, oh, ja, ja, ist ja schon gut, ja, ja, ach so. Und dann muss man auch dreimal nochmal nachlesen, damit man weiß, was genau diese Passage jetzt heißt. Das geht einem nicht immer so, aber manchmal ist das wirklich so ein bisschen so, haaa, weiß ich nicht. Könnte ruhig ein bisschen, ein bisschen Schmackes haben, aber natürlich verstehe ich schon, das soll sehr tiefgründig, sehr schwermütig sein. Naja, ganz schwermütig werde ich jetzt den Endscreen mal beenden, also jetzt mal ein Geschwafel natürlich und in der nächsten Folge haben wir hoffentlich den letzten Schwung der Wissenssteine und was dann kommt, das weiß natürlich nur Lyria. Allein sie, die da darbt, im Himmel wohnt, wenn der Wind der Gezeiten sich widerspenstig am abtrünnigen Wind der Sommersteine reibt, was natürlich in der Essenz des Möglichen schwadroniert. Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, es war auch allen klar, was ich meine. Ich werde gleich mal ein paar Wissenssteine aufnehmen. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Geherbt euch wohl.